Dann seid ihr bereit alle? Ja, wir freuen uns. Also, dann fangen wir an und zünden den Benzinkanister auf Kanal 1. Ah, nein, jetzt bremst der Auto hier! Das gibt's ja gar nicht! Scheiße! Schwarzer Rauch kommt dazu. Und Knall. Dann haben wir gleich einen Threadling Ball und einen Link, aber ich warte noch ein bisschen. Threadling Ball. Den Link dazu. Und nochmal ein schwarzer Rauch müsste das sein. Ich glaube, ein bisschen danach kommt die Explosion aus der Motorhaube und die Feuerschalen auf dem Dach. Jetzt ist es nur ein Mittau. Freude sich auf die Karten auf einatmen. Und Feuerschalen auf den Dach. 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 Jetzt kommt ein Knall. Ein Würzeln. Als nächstes drängt es hinten auch an mit einem Lengalo. Mal gucken, ob man was für mich liegt. Die Böse sind da von Lengang. Die Böse sind da ins Straßenkirchen. Die Böse sind da ins Straßenkirchen. Der Böse ist da, die Böse sind da. Die Böse ist da. In der Böse sind da. Die Böse sind da, die Böse sind da. Das Auto raucht weiter, auf Kanal 10, ein Schwarzscherrauch, unten beim Reifen müsste das sein. Und eine Durchzündung warnt sich an. In 3, 2, 1. Es knallt. Das Auto brennt weiter und weiter. Eine große Durchzündung. Und hinten in 3, 2, 1. Ein Crackling dazu. Und zum Schluss noch, um es ausklingen zu lassen, ein einfaches Flinker und ein Knall. Das waren die Effekte, das klingt jetzt noch ein bisschen aus. Sie sagen, es ist immer eine der Fekte, kommt das Handelskipfel.